hey sofort sofort und willkommen zu einer neuen folge cisco diesmal deathmatch ja ohne mark ich habe gar keine richtiger als was sollte das aber naja mal gucken ob wir hier irgendwas erreichen können also hühnchen tötet genau genau von zwei seiten hühnchen schlachten was willst du von mir hey ich habe den abgeschlachtet der tötet mich mit einem mess und natürlich natürlich meine schrotz und das tut mir aber leid ich habe ich gesehen miese schwein so komm her komm her ich habe nämlich nicht kriegt das war ja erbärmlich wieder mit der schrotze da kinder hühnchen 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 das hat ihm in meinen hühnchen kill geklaut da wollte er ihn überraschen ein fügel abschießen ob es ist da jemand ist ja dieser mord der geht mir auf den sack münchen eine tür aufmachen nur eine tür gehe ich auch hallo trippel multikö achso fixer 07 genau ein treffer da sind bestimmt das kann dieser schwein ach ne ganz ehrlich das das ich nicht ein war und da oben sind welche natürlich mit der bise hallo hallo den hätte ich abschießen sollen dann gäbe es mehr punkte genau ich rieb mich über so eine sache nicht mehr auf genau mhm ja genau ich baller die nur komplett rein aber komm her komm her du mieses schwein du bist schweine hunde schweine hunde das mach her immer so viele abteam weg d hallo hey Hey, die wolle ich haben. Genau. Du, давайте Gruppen выход'n. Tohle. Mh, mal gucken. Lala, lala, lala. Lala, 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 lala. Hallo, lala. Innam. Innam. Alolo, lolo. Ha. Hey, die gefällt mir. lustig passiert hier samt musste ich auch nachladen Ops 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 Awa Häh Ich hab das Fremien gesehen, could ich hallo 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 wizard aua warum kostet es noch zum nachladen ja warte ich nehme kurz auf noch eine Minute nein ich hab ähm Dings was ich hab meine Lasagne in den Kirschern gestellt ach so noch eine Minute dann kann ich wieder spielen äh alter ich nehme auf sorry sorry Leute tut mir leid aber kill gesteilt ich dachte du es kill gesteilt hast weil wir noch mit wenn wir noch mit einem Kumpel spielen er kommt aber nicht in den Chat rein oder genau genau doch die direkt jetzt jetzt und meine Füße sind taub aber wir spielen in die Entfernung okay wichser ja ich hab so gemeint etwa wie die habe ich mich verkauft verschluckelt ja jetzt da ich räuchere dich aus ich bin ich bin vor vorletzter oh ich wäre erster ja er ist rein komm dabei ey ich komme doch und das war's dann mit dieser kurzen Folge und ist das das das